Musik Ich finde Marco cool, dass wir diverse Sachen machen können und auch hier übernachten können und dass man auch frei sein kann. Ich finde es am Marco cool, dass man kochen kann und dass man hier, dass die Größeren auch den Kleinen immer spielen kann. Ich hatte mir ursprünglich Gemeinschaft als nice to have aufgeschrieben und habe dann eben im Rahmen der Besichtigung verschiedener Coworking Spaces für mich gemerkt, dass mir Gemeinschaft sehr wichtig ist. Und jetzt bin ich hier und das erfahre ich hier eben auch sehr positiv. Und du musst ja nicht alles sofort können. Ja. Lass uns erst. Ja. Okay. Ja.